Ah, schaut her, wie ich mir sinnlos mit der Hand vor der Nase rumfuchtel. In meinen Träumen sehe ich diese kleine Stadt. Silent Hill. Du hast versprochen, dass du mich dorthin mitnimmst. Aber das hast du nie getan. Nun, du bist scheiße, James! Du bist scheiße und ich hasse dich! Ich hab dein Portemonnaie gestohlen. Komm zu unserem speziellen Ort, wenn du es wiederhaben möchtest. Nein, James. Nicht Vegas. Ich bekam einen Brief. Der Name auf dem Umschlag war Mary, der Name meiner Frau. Voll krass. Das war unmöglich. Eine tote Person kann keinen Brief schreiben. Das ist illegal. Und irgendwie könnte ich nun weiter solchen Bullshit labern. Aber irgendwie mag ich gerade nicht. Wuhu! Bin allein. Scheißegal. Wer ist das? Ähm, entschuldigen Sie, aber... Oh, tut... tut mir leid. Ist okay. Ja. Ähm, also... Ich suche nach Silent Hill. Ist das... Der richtige... Weg? Ich suche nach meiner Mama. Es ist schon so lange her, seitdem ich sie gesehen hab. Aaaaaaah! Hab ich was Falsches gesagt? Aaaaaaah! Dieser Schatten gerade eben sah seltsam aus. Böse seltsam und gefährlich. Böse seltsam. Böse seltsam. Böse seltsam.